So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. So, wir haben hier wieder was Schönes zum Lesen. An alle Jessie-Fans, Textdaten.welt Okay, ich will jetzt mal was loswerden, was einfach gesagt werden muss. An alle Jessie-Fans und die ganze Liebesschicksale-Fangemeinde. Jessica Sterling sollte Liebesschicksale nicht gewinnen. Das ist doch offensichtlich, wenn man mal ein bisschen aufpasst. Ich war mal wie ihr. Leute, bei der letzten Staffel wollte ich, dass Jessica gewinnt. Aber in Folge 3.01 ist sie zu weit gegangen. Habt ihr überhaupt mitgekriegt, wie sie Louis abserviert hat? Den süßesten Typen auf diesem Planeten. Er hat immer zu ihr gehalten. Die Alaska-Übernahme, als die Harrier-Bots mitten im Kampf nicht mehr richtig funktionierten. Jessica war nur erfolgreich, weil Louis ihr den Rücken freigehalten hat. Er liebt sie und sie interessiert das überhaupt nicht. Und darum unterstütze ich jetzt Vernon. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Ich war zwei Staffeln lang Jessie-Fan. Jessica ist der einzige Grund, warum mich Sterling Malkit überhaupt interessiert. Aber als Fan kann ich nicht länger jemanden unterstützen, der so herzlos ist. Louis, du hast was Besseres verdient. Naja, gut. So. Hier ist wieder irgendwo was. Mal. Oh, hier. Chocolatebox-Protokoll. Textdaten.welt Gerrit, letzte bedeutsames Gespräch bei Chocolatebox. War das der romantische Moment, von dem sie ihren Enkeln erzählen werden? Sie können diese Protokolle jederzeit über ihr Chocolatebox-Profil abbestellen. Serafina. Hey, Lars, hey, wie läuft's? Serafina. Gut, etwas langweilig. Lars. Ja, Mittwochabend halt. Serafina. Du bist echt süß, Lars. Lars, danke, du auch. Serafina. Hey, willst du mit mir in meinem privaten Salon chatten? Lars. Oh, du bist ein Honeybot. Serafina. Haha, was? Nein, Quatsch. Lars. Okay, wenn du kein Honeybot bist, erzähl mir, welches das bewegendste Kunstwerk ist, das du je gesehen hast. Serafina. Du bist echt witzig, Lars. Lars. Erzähl mir von deinem letzten Liebeskummer. Du bist echt witzig, Lars. Erzähl mir von einem Erlebnis, von dem deine Freunde begeistert waren, das du aber nicht so toll fandest. Hey, willst du mit mir in einem privaten Salon chatten? Verdammt, du bist ja nicht mal ein guter Honeybot. Du nervst. Du bist echt witzig, Lars. Lars hat diese Konversation beendet. Ja gut, irgendwas hat ja wirklich nicht gestimmt. Oh, hier ist ja auch noch was. Okay, Protokoll 18.5.63. Textdaten.welt Gina. Hey, wo bist du? Hark. Puh sitzt auf der 75. Vielleicht dieses Navi nimmt ständig die falsche Ausfahrt. Ernsthaft? Jipp. Ich dachte, du kannst was zu essen mitbringen. Kein Ticker Masala? Der Nahrungsdrucker spinnt. Ich habe das Ticker-Modul installiert. Hat die ganze Küche mit rotem Proteinmatsch eingesaut. T-do-o braucht acht Minuten zum Saubermachen. Wollen wir Pizza bestellen? Keine Ahnung, wann dieses verrückte Teil mich nach Hause bringt. Oh Mann. Ha. So. Mehr kann ich nicht tragen. Ja, ja, gut. So. Oh. ApokasCHIDStorm Tourtag 5. Die Graysworms waren die Vorgruppe von Turtle Smash. Sie hier meine Überdosis nahmen. Es stand zumindest im Polizeibericht. Ich war 15 Jahre alt. Als ich zwei Tage später im Krankenhaus aufwachte, war dein Gesicht das Erste, was ich sah. Okay. Dann wollen wir ja mal schauen. Hallo Ma, ich weiß nichts mehr von dem Konzert, dem Band, der Musik, dem Publikum. Ich war zu sehr vom Skydive und Snake zugedröhnt, um die Bash-Core besser noch von dem Dröhnen des Bluts in meinem Kopf zu unterscheiden. Und dann traf ich einen Dealer, der Razzo Wink für 8 Dollar pro Stück verkaufte. Ganz genau, Razzo Wink, eine Designerdroge, benannt nach einem gewissen Kampfflugzeug aus den späten 30er Jahren, an das unsere Familie einige schlechte Erinnerungen hat. Also lehnte ich das Angebot ab, erkannte das schlechte Omen und machte, dass ich wegkam. Stimmt's? Oder vielleicht kaufte ich auch vier davon und nahm alles auf einmal. Ja, das tat ich. Laut Polizeibericht bin ich ausgerastet und habe den Diener angegriffen, verbrannte dann seinen Stoff und stürzte mich auf die Sicherheitsdrohnen, die auftauchten. Ich kam nicht weit. Die Drohnen jagten mir 50.000 Volt rein, was nicht so schlimm gewesen wäre, wenn mein Herz nicht ohnehin schon dreimal so schnell wie normal geschlagen hätte. Der Schock brachte mich um. Die Sunnybots kamen so schnell sie konnten, aber der erste hatte eine Fehlfunktion, der zweite blieb in der Menge stecken, also war ich fast zwei Minuten lang tot. Und auch nach der Wiederbelebung war mein Zustand gefährlich schlecht, wegen der ganzen Substanzen, die durch meine Adern strömten. Als ich aus dem Kuma erwachte, war dein Gesicht das erste, was ich sah. Du hattest geweint, dein Make-up verschmiert. Dunkle Streifen zogen sich über deine Wangen. Als sich unsere Blicke trafen, dachte ich, du würdest mich anschreien. Und obwohl ich so schwach war, war ich bereit, zurückzuschreien. Nicht einmal ein Kuma konnte mich von meinem Trotz heilen. Aber du hast nicht geschrien. Du hast weit leise gebeten, draußen zu warten. Dann hast du deinen Stuhl direkt neben mein Bett geschoben und meine Hand genommen. Ich wollte sie zurückziehen, aber ich konnte nicht. Es war kein fester Griff von dir, der mich davon abhielt, sondern es ist die Wärme deiner Hand, die Sanftheit, mit der du meine nahmst. Als du sprachst, war deine Stimme leise, fast ein Flüstern. Als ich deinen Baba vor sieben Jahren verloren habe, warst du mein einziger Grund, weiterzuleben. Dein Blick fiel auf die medizinischen Instrumente um uns herum, auf die Schläuche, die blinkenden Lichter. Du hast mit dem Kopf geschüttelt. Warum lebst du, als ob dich niemand lieben würde? Begreifst du nicht, dass, wenn du stirbst, all meine Hoffnungen und Träume und all die Hoffnungen und Träume deines Vaters mit dir sterben? Dann hast du mein Haar berührt und plötzlich sprach ich zusammen. Oder vielleicht rückte auch alles wieder mit einem Knall an seinem Platz. Ich lag da und heulte für eine gefühlte Ewigkeit. Und die ganze Zeit zogst du deine Hand nicht weg. Und ich meine auch nicht. Am nächsten Tag billigte ich ein, eine Therapie zu machen. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich nie wieder Drogen genommen habe. Aber wir wissen beide, dass es nicht ganz so gelaufen ist. Drogen sind böse. Hopp. So, Leute. Das haben wir jetzt auch abgeschlossen. Das haben wir hier. Jagen für die Loge. Achso, ich dachte, hier wäre irgendein Eingang. Verdammt mich. Nein. Oh Gott. Puh, das war knapp. Achso, russ. Ja komm, lass mich einfach heute in Ruhe. So, wir laufen mal. Warte mal. Äh, hallo? Hier. Jagen für die Loge. Taldreff. Stufe 18. ziehen und dafür nehmen wir jetzt aber hier erst mal so dieses Dings wieder raus oh Mist oh Mist oh Mist na komm wir laufen mal um unser Leben so na das sieht doch gut aus so mal gucken wir mal was der hier anbietet was wir hier tun müssen Lagerfeuer entdeckt so erstmal Lagerfeuer entzünden so und dann gucken wir mal das ist ein Händler den brauche ich jetzt erstmal nicht rede mit Hüter du kannst weg bleiben ich hab keinen Streit mit dem Nora und ich hab keinen Streit mit dir was ist das hier dieses Jahrgebiet ich bin der Hüter hier gibt es Elementprüfungen für die Aufnahme in die Jägerloge jetzt weißt du es und kannst wieder gehen warte was wenn ich eine dieser Prüfungen ablegen will dann muss ich sie dir anbieten okay wir wollen ja das ist erstmal mehr über ihn du bist nicht gerade freundlich was oh und die Nora schon tötet ihr nicht alle Eindringlinge und Fremden davor hast du also Angst hör zu ich hab mir das nicht ausgesucht sie sagten es sei eine Ehre und haben mich dann so nah am Heiligen Land positioniert ich halte mich an das was ich kenne Herde und Prüfung und hoffe dass mich kein Nora wegen der roten Raubzüge umbringt nur dass du es weißt ich hab nicht vor dich umzubringen okay schön aber ich bleib wachsam okay über die Prüfung was sind die Prüfungen hier wird das Geschick des Jägers mit unterschiedlicher Munition beim Jagen von Maschinen getestet wenn du meine Prüfung nicht schaffst solltest du vielleicht eines der leichteren Jagdgebiete aufsuchen wie viele Jagdgebiete gibt es fünf insgesamt du wärst ganz bestimmt irgendwo willkommen was ist die Jägerlose das war aber schon was so nach es klingt ein Ort an dem Jäger sich treffen sich Geschichten erzählen und Maschinen jagen klingt ja ganz einfach einfach was weißt du schon dass du für jemanden der keinen Ärger mit Nora will ganz schön dich dran bist gut du willst also unbedingt in die Jägerloge verdiene in Jagdgebieten drei halb Sonnen du wirst schon sehen wie einfach man da klarkommt aber besser du als ich denke ich so eine brauchen wir noch wähl eine und bitte schnell ich muss sie noch erklären Feuerkampfprüfung Eisprüfung und Schockprüfung wir wollen lieber Feuer bei diesem Test schießt du mit Feuerpfeilen auf Behälter von Läufern triffst du sie richtig gibt's einen schönen Knall gut die Zeit läuft wenn du am Seil runterrutschst so Feuerpfeile haben wir ok Wenn ich die Brutstätte finde, in der sie hergestellt wurde, kann ich herausfinden, dass ich die Brutstätte komme. Hallo? 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 Oh, was war's? Oh, was war's? Prüfung abgeschlossen! Oh, da haben wir die dritte. Da haben wir die dritte blöde Prüfung abgeschlossen und drei Sonnen. Bedeutet also, wir können zur Jägerloge zurückkehren. Du gewinnst eine Halbsonne beim ersten Versuch. Schön für dich. Endlich. Du hast die drei Abzeichen, die du für die Loge in Meridian brauchst. Warum reist du nicht hin? Jetzt gleich. Der will mich einfach nur loswerden. Ausch. So, verabschieden. Du kannst jederzeit wiederkommen. Aber bitte tu's nicht. Das wollte ich gerade sagen. Du willst doch gar nicht, dass ich wiederkomme. So, wir haben auf jeden Fall neue Rohstoffe. Stürmerherz. Und wir haben ein... Oh, neue Schatzkisten. Mehr als genug. So. So. Wir haben jetzt also... Das sind 500. So. Können wir da nicht mal haben. 500. So. Wir brauchen erstmal die Karte. Oh, guck hier. Da haben wir dann auch... Oh, da haben wir dann auch unbedingt noch ein neues... Eine neu verlobene Zone. Wir haben auch neue Maschinen. Eisbrüllrücken. Oh, der ist neu. Ja, stimmt. So. So. Haben wir dort jetzt aber irgendwo ein Lagerfeuer in der Nähe? Jawohl. Und da reisen wir jetzt mal hin. So, und dann gucken wir uns mal um. Oder gucken wir uns mal an, was das für eine Aufgabe ist. Und dann, ja. Werden wir mal schauen. Dann haben wir nämlich noch eine Aufgabe abgeschlossen. Dann hoffe ich, dass wir bald in die... Ähm... In die Ruine oben kommen. Wo ich vorhin schon gesagt habe, dort liegt eine... Äh... Batterie, Grenade oder was auch immer. Versuche das... Äh... Untersuche das Verlorene Dorf. So, um was solche zu finden. Okay, hier kommen wir also nicht rein. Ach, hier war ja auch eine verdobene Zone. Vor Ewigkeiten mal. Oh, hier sind die überall. Eine Position ist aufgeflogen. Das war's für heute. So, das haben wir. Oh, die Wächterlinse ist voll. Okay. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, ich glaube auch. Ja gut, wäre es egal. So. Aber was müssen wir jetzt hier untersuchen? Was ist denn? Das ist ein Lagerfeuer. So, hier ist irgendwie... Oh Gott. Folge den Spuren. Lagerfeuer entdeckt. Das kann nicht der Helm des anderen Kaja sein. Kaja-Helm mit Federn besetzt, gepanzerte Kopfbedeckung, erneuerte Metallkonstruktion beschädigt. Spuren markieren. Da muss ich da lang. Ich muss erst mal schnell hier unten hin. So. 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 Untersuche das Gebiet. Überall Blut. Blutlach. Blutlach. Menschliches Blut. Die Menge deutet auf schwere, aber nicht tödliche Verletzungen hin. Blutlach. Er hat der Maschine etwas ins Wasser gezerrt. Blutlach. Vielleicht hat er es zur Insel geschafft. Blutlach. Blut. 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 Ich hab's doch geahmt. 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 Ganz ruhig. Ich hab's doch geahmt. Ich hab's doch geahmt. Ich hab's doch geahmt. So, das haben wir erreicht. Ich hab's doch geahmt. Mensch. Wir können auch mal mehr die Tränke benutzen. So, Spezialobjekte. Einzelobjekte. Vielleicht entdeckt mein Fokus etwas. So, warte mal. Reikergebäude. Text Datenpunkt Welt. Hallo. Ich hab's doch geahmt. 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 Ich hab's geahmt. So. 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 Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. So, das schließt man auch ab. Wie ein Gefangener. Gut, dann geh doch allein. Warte. Ich hatte einen Kampf mit einem Schnappmaul. Er hat meine Rüstung und meinen Bogen verschlungen. Der Dieb ist noch da, im Wasser. Das erklärt den Bogen bei seinem Kadaver. Du hast es besiegt? Allein? Ja, stell dir vor. Willst du den Bogen oder nicht? Danke. Ich... Ich wollte nicht in der Fremde sterben. Wie meine Männer. Die Sonne sei mit ihnen. So, finde den... ...Questbelohnung. Sind wir jetzt schon fertig? Okay. Jetzt suchen wir mal noch schnell... ...ein Lagerfeuer. Und dann beenden wir diese Folge für heute. Und dann schauen wir mal, bevor wir noch alles machen können. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich denke mal, dann machen wir erst mal diese verdorbene Zone noch. Und dann das Banditenlager. Und dann ist alles super. So, da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und dann... ...bis bald.